Hallo, seid gegrüßt, herzlich willkommen im Austrian Gaming World. Mein Name ist Quadox und heute bringe ich euch eine neue Episode von Altis Live. Arma 3-Mod, wir spielen in unserem Söldner-Clan Altis Force, haben wieder ein paar interessante Abenteuer erlebt. Ich hoffe, es gefällt euch und ich sehe euch am Ende vom Video. Die haben bestimmt unseren Namen aufgeschrieben. Die dachten sich so, hä, was geht da jetzt ab, Alter, jetzt meckert der die doch an, dass sie zu langsam sind und ich steige alle ein, Alter, was ist denn? So soll es sein. Unternehmen. Aber was ist denn Unternehmen? Lass mich mal fragen, was da brauchen wir vor zählt. Hier, Ibel, geh mal vor. Seit Weile zurück, geh mal vor. Nur auf die Zielen, aber Ibel geht vor. Alles in Ordnung, alles in Ordnung, ich komme in Frieden. Wirklich. Ansonsten habt ihr echt den Kürzeren gezogen, aber ich komme jetzt so zum Schnacken. Ja, definitiv haben wir den Kürzeren gezogen. Ja, wie gesagt, also hier, Coca Field, wir ziehen euch nicht ab, wir wollen auch nur Putte machen. Jetzt im Moment, solange wir hier sind, sind wir friendly. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt so wie hier jetzt zum Beispiel direkt landen, dann sind wir friendly. Wenn wir jetzt natürlich andersrum, nee, wenn wir nicht friendly sind, dann seht ihr uns meistens erst, wenn wir hinter euch stehen. Ich stelle euch mal in der Reihe auf. Fiese Sprüche. Ich meine jetzt nur so am Prozessor und äh... Ja, Prozessor generell, ja. Also wenn wir jetzt selber Kroger machen oder so, dann werden wir da nicht hingehen und euch abziehen, das machen wir nicht. Höchstens eventuell beim Drugtealer, da wäre ich vorsichtig. Ja, da gibt's du, oder? Ich habe keine Lizenz, die mir noch. Oh, ihr seht alle deiner Linie, Alter, Shadow in die Linie. Shadow, das kann nicht sein, dass sie jedes Mal... aus der Rolle fallen. Aus der Rolle fallen. Also ich, 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 ich fulsch mal Kokain, ne? Also ihr könnt auch Kokain. Ja, nee, gut, äh, dann muss das Geld machen und... Jungs, Coca-Farm, los. Alles klar, gehört. Ich bin schon dabei. Ja, altes Force aufsitzen. Ja, die anderen fliegen auch los. Nee, ist so noch, äh, vier Sitze auf der einen Seite frei und die anderen kann ich nicht sehen. Alter, sieht bübel aus, vier Helis hier, so. Mega geil. Ich bin grad losfliegen. Die überholen wir aber noch. Ich hoffe, die Cops sind nicht da, Alter, aber das Gute ist, wir sind voll viele Leute. Da schreien wir alle rein, so, Waffe runter, runter mit der Waffe, Waffe runter. On your knees, down on your knees, underground. Das ist, äh, Magazine-Taser-Munition rein. Die hat erstmal alles ausgeschaltet. Man kriegt die eh nicht alle, alle kriegen die platt, Mann. Rackwurge. Denk mal nicht, dass die, dass die mit der Taser da ankommen auf einmal, wenn da fünf sind. Naja, mach ich nicht. Das ist auch unterrutscht oder so, an Scheiß. Das ist cheating und so. Das ist cheating. Vier Helis wollen hier landen, ey. Schnellboot-Hinniger. Alter, die fliegen grad übereinander und alles. Alter, die fliegen grad extrem knapp hier. Machen die, Alter. Whatfuck. Alter, ich hab Angst, ey, denen. Äh, gut fliegen können die nicht so wirklich. Ja, da ist schon mal ein Sound, ne? Alter, ich hab alle raus. Da kann man durch. Hier haben wir es. Ja, warte, bleib mal erstmal back, bis die gelandet sind. Und können einfach ein Gebäude fahren. Fidi Lemming, die hier, Alter. Wuhu. Lemming, great. Embrück. Ja, ich komm nicht ran, ich bin schon für den Weg. Ich starte nur schon mal Motor, weißt du, falls Cops kommen oder so. Ach, schwärm. Wuhu. Äh, wohin, Alter. Ja, doch. Ja, wenn ihr hier gleich verkauft habt, ich stell mich hier neben den Typen. Dann könnt ihr mir nämlich schon mal das ganze Geld geben, was ihr mit dem Wetter habt, gleich danach. Ja, ja, klar. Ja, klar, klar. Ich kann's schon sofort hier zurückschicken. Der Stimmbruch. Ja, ja, klar. Ich salutiere mal, damit man weiß, welcher. Na, ich bin ja sowieso der Braune. Egal. Du hast wie Kacke. Ich glaube, es ist ein Hedi ja, ne? Ja. Du hast leer. Boah, ich fühl mich nur leicht ein bisschen bedroht. Können wir mal bitte Steuerung machen? Ich kann irgendeinen Headshot verpassen. Was ist los mit dir, Mann? Du warst unhöflich zu uns. Bauen wir erstmal zu Sophia ATM und dann Dateien, oder? Nee, hier. Das machen wir direkt hier. Zum Evil, ne? Evil, mach schon mal Sync Data, wenn du alles hast, ne? Nicht, dass du gleich DC hast. Ja, das ist klar. Jo, Mann. So. Sag mal Steuerung, ey. Ist der Hedi schon leer? Ja. Glaube nicht, oder? Doch, doch. Doch, der ist leer. Und wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 1.365.000. Respekt. In den Knast reinfliegen, aussteigen und die Leute abknallen. Soneko weg. Rixen weg. Ja, ich würde gerne weg, aber ich komme nicht weg. Shadow weg. Ja, einfach auf. Dylan weg. Silent weg. Didi weg. Genau, Baloo hat auch noch nicht, ne? Baloo? Ich hab schon mal Motor an, ne? Tvwarp. Topsen. Quadox. Malibi. Was ist eigentlich diese Steuerung? Freigeben, weißt du das? Ja, dann kann der Kumpel-Lowen. Ähm, ja. Achso. Ja. Das wäre ich in dem. Bein, ne? Warte, ich gehe wieder raus. Oh, ist drinne? Jo. Jeder drinne. Für mich, Leute. Bei mir stehen wir immer noch auf der Stelle. Ja, bei mir auch. Bei mir nicht. Bei mir auch, ja. Bei mir auch. Ja, bei mir auch. Jetzt fliehen wir. Bist du da. Alter. Jetzt weiß ich auch, dass keine Remknast sind. Vitro-Jungel. Weiß ich, ich denke schon, so, was stehen wir jetzt die ganze Zeit. Ja, guck mich auch. Das ist so. Weil ich glaube, ich weiß, dass keiner wie nass ist. Hä? 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 Das ist so. Ja, ne? Guck, ob der Eisenmine richtig ist. Ja, Helmet russisch. Meist es noch nie. Oh, jo. Bei der Eisenmine. Bei der Eisenmine. Bei der Eisenmine. Ja. Ich saß in der Ding. Ab vorne. Ab vorne ist Michi. Verstraße landen oder was? Ja, direkt vor uns. Es ist wie. Nee. Nachher fährt er noch rein. Jo. Macht das nicht mehr. Ja, ich glaube, die Cops sind da beim Salz-Trader. Und ab, wo die Gammel hinter bei dem, bei dem, äh, oder? Ne Ahnung. Egal, absetzen. Also wir müssen uns etwas weiter absetzen. Und irgendwie steig raus. Und dann müssen wir die Vorderräder beschießen. Auf die Vorderräder schießen. Raus, 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 raus. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Aussteigen. Aussteigen. Stop. Stop. Hup. Hier ist die Reifen weg. What the fuck? Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer weg. Einer wurde krackt. Oh, sorry. Oh, sorry. Das rett er eigentlich vorm Visier, Alter. Okay, jetzt im Griff. Mich auf der Wicht. Wer ist gestorben? Es tut so weh. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Aua, mein Pein. Der kriecht doch. Der ist am Abend weggeräuschender. Ja, 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 warte, warte, warte. Nicht erschießen. Wo waren die gerade? Ist das unsere erste Kaisers oder was? Wo ist denn die Waffe dahin? Welcher Waffe ist denn die Waffe gebraucht? Timo, du darfst gleich an ihm rächen, Alter. Wo waren wir denn? Sophia, ne? Wir richten Sophia spawnen. Ja. Ja. Ja, ich brauche Waffen, Alter. Könnt ihr die aufsammeln? Geht das? Deine Waffe ist gerade wegen wegge- spawnen. Ja, ich bin mal. Ja, ich bin mal. Na ja, dann üben wir aber nochmal. Aufhören zu schießen. Aufhören zu schießen, weiß nicht wie doll der schon gedamaged ist. Okay. Dann soll er anhalten. Er kann nicht mehr fahren, hey. Ich glaube ja nicht. Ich habe in drei Reifen weggeschossen. Einmal aussteigen, bitte. Ja. So ganz freundlich. Du hast die Möglichkeit jetzt auszusteigen. Ich habe gesagt, steig aus oder ich sage meinem Team, dass sie Feuerfreigabe haben. Auch weiter weg. Auf die Reifen mal, oder was? Auf die Reifen mal, oder was? Aufhören, aufhören. Nicht, dass es explodiert. Aussteigen, jetzt. Ne, morgen. So, als erstes, das ist ein Überfall. Ne. Nix dabei ist schade. Oh, Junge, jawoll. Oh, sauber. Danke. Dankeschön, Junge. Und als zweites, steigst du. Wir reparieren die Karre, oder? Wir haben es da, ja. Wir reparieren die Karre, oder? Wir reparieren die Karre, oder? Ja, ich mache, ich mache, ich mache. Ah, ne, der hat eigentlich einen von uns gekillt. Hatte Eier, ne? Aber... Ja, mich. Aber das war der andere, der vorher gefangen ist. Hatte eine Waffe gerade, oder? Bokkerl hat den gekillt, oder? Markier dir, da wo der Truck jetzt steht, die Stelle ganz genau. Denn du steigst gleich mit dem Heddy. Das ist eine Entführung. Der eine fährt hier gerade vor mir, ne? Ey, wollen wir die Karre nicht mal zum Autoschieber bringen? Kann einer machen, oder? Der eine ist... Ist zu gefährlich, eigentlich. Wieso? Ja, oh, gelbe Kette. Ich auch. Folgst du uns bitte und steigst in den Heddy an? Ey, der Autoschieber ist in die andere Richtung. Soll ich da mal hinfahren mit dem Fahrzeug? Ja, mach, 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 mach. Sag mal, der soll das aufmachen. Sag mal, der soll das aufmachen. Sag mal, der soll das aufmachen. Ja, sag mal, die Karre soll aufmachen, dann fahr ich mit dem Ding los. Und machst du einmal bitte dein Fahrzeug auf? Oder wir müssen das Lockpacken. Kannst du eins aussuchen. Einmal bitte das Fahrzeug aufmachen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nächster. Ist du wieder voll für 10, oder was? Ja. Der Medis. Hallo Medis. Hallo. Fahrzeug ist immer noch nicht auf. Erster Warnschuss. Na komm. Pick einfach, Alter. Ich sag dir das Fahrzeug bitte aufschließen. Danke. Fahrzeug. Schlüssel. Fahrzeug. Schlüssel. Fahrzeug. Ich verstehe den gar nicht, den Typen. Ja, ich auch nicht. Bitte irgendwo auf dem Klo sitzen. Sprich mal deutlicher. Das gibt's ja nicht. Bist du behindert. Hey. Na. 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 Nicht so ne Wörter hier. Keine bösen Wörter. Hey, komm. Lockpick das Auto. Hey, Jungs. Wenn er Lockpick das Auto jetzt. Einmal zuhören, bitte. Der eine Hamlet kommt gerade zurückgefahren. Okay, passt auf. Passt auf. Soll man die dann? Ich überhole den jetzt. Mit dem Quad. Also ich versuch's zumindest nicht. Aber der ist schneller als ich. Lass einfach jetzt mal in den Häusern rein. Ja, ich bleib bei ihm. Ich bleib bei ihm. Hey. Yo, ich positionier mich an der Straße. Er ist fast da. Also er ist fast da. Ja. Ja. Mach mal bei ihm, ne? Denk dran an. Wie heißt er? Wie heißt er? Michi. Okay, Michi. Okay, das ist er. Der Dalton Sonic ist das. Ja? Den könnt ihr gleich so wegwixen, Alter. Hat jetzt jemand noch ein Lockpick? Der kommt. Also der hat da vorne... Ey, Jungs. Da vorne kommt noch ein orangener SUV gefahren. Und noch ein Hamlet. Und wir kommen gerade zwei Hamlet. Da ist ein Offroader unterwegs zur Autobahnpolizei. Und wir kommen zwei Hamlet entgegen. Ja. Bankai, fahr weiter. Bist frei. Da komm jetzt welche. Auf jeden Fall. Bankai, fahr weiter. Du bist frei. Ja, ich... Ich... Ich bekomme Offroader drauf mit einem Polizist drin. Auf jeden Fall. Ja. Jungs, zwei Hamlets, ein SUV. Machen wir losfliegen oder? Die Cops sind unterwegs. Die Cops sind unterwegs. Los, 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 los. Alle rein, alle rein. Ja, Moment. Ich bin auch gleich da. Die sind jetzt gleich bei euch. Habe ich nicht mehr auf der Map? Doch, ich habe sie. Den Offroader habe ich wieder auf der Map. Wo? Der... hat gerade wieder gehalten. Der steht... Soll ich halt... Kilometer vor DP 14? Los. Wie viele hier wieder aussteigen? Das ist ein Überfall. Sofort stehen bleiben. Das ist ein Überfall. Sofort stehen bleiben. Ey. Wenn ein Waffengebrauch von ihm gegen uns ausgeführt wird, eröffnen wir das Feuer. Ey. Stehen bleiben. Ey. Stehen bleiben. Habe ich Feuerfreigabe auf die Reifen? Dem Fazid... Raustreten, bitte. Milimizeiritt. Yenene Filme lan. Und ihr schieße. Ja, nicht dem Lake einfach draufknall. Ey, Evil. Der soll mir mal nen Rucksack geben. Wo ist er hingerannt? Hier hat er sich hingelegt. Haben wir Feuerfreigabe, wenn sich der Hammett bewegt? Ja. Hat er sich hingelegt, oder hat den... Ja, wollen wir dann jetzt niederschlagen? Im Hammett, einmal bitte... Einmal Reicho. kommen oder wie er er soll mir auf jeden Fall den Rucksack geben war er gerade im Heli ich bin im Heli, ich hab die Warte aus dem Motto, da hast du gerade 100 trennen und ich 1000 abgezogen ja man, müssen wir unbedingt auf die Bank bremmen sag mal Bescheid, weil wir schießen, ne? wenn du jetzt nicht sofort aus dem Heli, äh aus dem Hermit herauskommst, da werde ich das Feuer auf dich eröffnen und meine Leute auch meine Leute auch die bitten dich erster Warnschuss jetzt wir müssen uns beeilen der bewegt sich der bewegt sich ja, haben es dir gesagt bleib stehen beweg dich nicht er ist sowieso tot ich hab auch nur auf die Reifen geschossen wer hat das Geld jetzt auch so ich hab gar nicht geschossen keine Ahnung, ich nicht aber ich hätte der Typ einer von euch hat auf jeden Fall das Geld gerade auf ja, gib mir das mal bitte der Weg musst du ja auch wieder verteilen lass schnell los der hat 385.000 ich check mal die Map der soll den Rucksack gehoffn der soll den Rucksack gehoffn der soll für mich gefogelt sollen wir den Hände nicht klauen ne, komm weiter los geht's scheiße, wartet mal kurz ja, ich kann den nicht klauen neul wird die Main Motor kaputt gemacht ja, das ist weil hier ein übelst am rumflippen ist ey, kann man die Fallschirmen der hat übelst desigts oder so repairt eine kann man die Fallschirmen ich hab auch keinen Repair Kit ich check die Map halt immer wer von euch hat einen Repair Kit? ich, aber ich kann nicht reparieren ich kann auch nicht reparieren können wir los? wir können wir nicht, weil wir einen Repair Kit brauchen ja, ist okay ich habe einen Repair Kit, glaube ich ich hab auch, aber ich kann es auch nicht reparieren probieren wir alle was ist denn hier am starten? oh, okay wo dann, wo dann, wo dann noch ist schon nix zu sehen ja ähm, bezieh trotzdem mal Stellung so äh sag mal zu denen, die dürfen losfahren versteht was, warum Leute versuchen überhaupt abzufahren mit was soll'n der losfahren was? ohne Reifen oder was? da hat er repairiert ach ja, scheiße ich weiß, warum das sich geht warum? warum? weil wir hier auf diesem Steg stehen der ist buggy äh das heißt? wusste ich aber vorher nicht hat die mal Lockpick mit? ja äh, ja ein Hammet Crack, ne? ein Hammet passen aber nur zwei Leute rein ja, das ist Zemek, den Zemek ja, den anderen dann alle hinten rein dann ich reparier grad oh, der will da rein, der will da rein er ist rein, er ist rein wow, wow ne, tot scheiße, ich sitze da doch drinnen, alter ah nein ja, fahr mal rückwärts fahr mal rückwärts fahr mal rückwärts er ist tot, er ist tot yo, zinkels ohne Ende blöder Witzel oh ja sauber nehmt die Waffe auf nehmt die Waffe auf was mach ich denn, ey scheiße ja, du kannst ja nicht wild ins Fahrhaus reinballern reinballern krasser Scheiß repariert's hier schon, Freunde? ja, brauchst nicht reparieren, weil er schon fast komplett zerstört nein, den kriegt man noch den kriegt man noch den kriegen wir noch ja, ne, aber ein Heli ist schon gelockt weg ein Heli ist schon gelockt weg ein Heli ist schon gelockt weg, ja? wir sind hier weg muss ich immer wieder spawnen? die mit dem Geld sollt'n abhauen lieber, oder? wo sollen wir spawnen? Sophia gut wie abhauen und spawnen, wie jetzt dat denn? ah, moin Shadow ja, ich würd' sagen, der mit dem Geld haut jetzt so schnell wie's geht ab, oder? ja das Geld, bis der mal antwortet 500, fahrt weiter ich hab nix dabei gehabt er sag schneller nächstes Mal könnt ihr meine Waffe aufheben? nee, hab mal keine Zeit jetzt wir haben ja eh das Geld raus, wie ne scheiße Waffe, also easy wär ja coole Aktionen, erzeugen nicht na, wir gib nicht mal ein bisschen soll ich erstmal nach Atira fahren, oder? oder wegen ATM? weil wir kamen da keine Garage, oder? beim Autoschieber also sonst müssen wir laufen ja, wir sind noch unterwegs also ich auf jeden Fall ich kann zwei Leute noch mitholen bei, bei 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 da ist auch nochmal drei rein oder vier genau obwohl da ist ein Auto, äh, Automat ok, das ist, gut aber keine Garage du machst das schon, ich guck dazu ich weiß gerade gar nicht, wo wir hinfahren ich auch nicht, ich kenn mich gar nicht aus ist das BP-19, oder? die, die im Fahrzeug haben Ricky, Ricky die kann man nicht abhängen ja die kann man nicht abhängen ja, halt mal an, der fliegt irgendwie weiter vor ja, einfach weiter fahren, was soll der machen? vor uns landen fahren wir rückwärts kennen ja nicht, die wissen nicht, wo wir hinfahren das Problem ist ja auch, der kann uns, der kann die Position auch weitergeben ja, ist klar, aber wie soll ich davon ab auch von dem Typen ja, in Hangarfahrt landen, wenn der nicht sind schon ja, lustig, die hat doch, äh, Radar echt? ja, stimmt ja, wir haben ja auch weiter ja gib mal Gummi hier bin dabei äh hinter uns ist ein Auto zwei Autos kannst du holen? ja, so ein Bull, ne? ich weiß nicht ja, so ein Bull aufsteigen und schießen, oder? ja, warte, fahr hier links hoch hinter das Gebäude und wir dürfen schießen, ja? auf die Leute auch hier links jetzt, oder was? dürfen wir jetzt schießen, oder? dürfen wir schießen, feuerfreie Gabel einfach hier hin ja, genau, hier hinter jetzt alle, stopp, 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 aussteigen und alle, alle jetzt einfach draufschießen ja, ja ja, ja ich bin mit dem Schuss oh alle tot da ich bin nicht klar, die ganzen weiter die denken sich jetzt auch nur sowas für Penner ich glaub nicht mal Fuß auf dem Boden sitzen komm rein, komm rein das sind meine Jungs habt ihr den gelootet? ich steig mal ein die haben bestimmt sowieso kein Geld dabei weiß man nicht ja auch manchmal haben wir Geld dabei manchmal sogar sehr viel wenn man Laster fährt, bitte nie rückwärts fahren, wenn Leute einsteigen wollen der Heli ist weg, ich glaub der hat uns nicht aber coole Aktionen, Freunde komm zurück, komm zurück so ein Feuer bei Josch geradeaus was wollen die machen, die sind viel weniger hast du gesehen, einfach knallen auf ein Fahrzeug wenn die sagen, hier, ihr habt unser Fahrzeug zerstört, ja können wir nichts mehr, wenn wir eins fokussieren müssen ja, und dann hätten die uns sonst überfahren also haben wir jetzt eigentlich eine Straftat begangen? ja, nein, ja, dann kann ich ja ja, hoffentlich ja, hoffentlich ja, hoffentlich jetzt der Fahrzeug in die Schmerzen ähm, kann das sein, dass jemand noch bei dem ne, sieht nur so aus, ok oh, da hinten, da waren wir ja, das sieht aber eigentlich voll geil aus, echt und danach boah, ein Feuer bei Juge haben wir die Serverregeln voll verstoßen? ne, ne? ja, doch oder? doch, wir würden keine Fahrzeuge zerstören eigentlich ja, das ist aber Colatera Schaden ok mein selber, schuld, die wissen doch ganz genau wow die können scrollen, können sehen scheiße, so das sind evil und vor allem das Zeichen ist auch da drauf ja, das Zeichen ist drauf so, wenn man da dann eingreift, dann muss man damit halt rechts nicht, dass man in die Luft fliegt und links STRG A oh, nice alter und STRG B kannst STRG B und S kann man auch Position extrem machen boah, wie geil ist das denn? und rechts und links auch lehnen, scho? ja, genau, hab ich ja auch uhrgeil wow aber dafür kommen wir jetzt mit links hier boah, der macht ja voll heftigen Step-Übungen ordentlich ne? hey hey du Fotze wir alle liegen wuuuuh 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 steuer und geh, oder? mach keinen scheiß, alter steuer und geh für Gefühle komm her ja, evil lehrst du da jetzt noch was, oder? äh, nicht so ich hab Cry gerade angeschrieben also jetzt hör halt mal auf jeden auszuknoppen ja, ich wusste das aber aber vorhin hab ich mich für drei Leute heute ausgemobbt äh, ausgenockt ausgemobbt hast gemobbt neiiiiiiiin neiiiin 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 nochmal schön ausgenockt am Ende hier von Shadow vielen Dank an dich und wir sehen uns im nächsten Video, liebe Freunde ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat, bitte fühlt euch frei auf den Like-Button zum klicken und ja, wir sehen uns in der nächsten Episode macht's uns gut ich bin Quadrox Austrian Gaming Vault out und wir sehen uns in der nächsten Mal wir sehen uns auch im nächsten Mal wir sehen uns